Mein Name ist Fabio Babe und ich bin der Studienleiter vom CAS Compliance International an der ZHAW School of Management and Law. Sie sind in einem internationalen Unternehmen tätig? Dann ist der CAS Compliance International das Richtige für Sie. Der CAS befasst sich mit Themen rund um internationale Compliance-Risiken und vermittelt Wissen sowie die Tools für die Erarbeitung von Lösungsstrategien über die nationalen Grenzen hinaus. Der CAS Compliance International zeichnet sich durch interdisziplinäre Fähigkeiten und den internationalen Bezug zu den wichtigsten Handelspartnern der Schweiz aus. Der Lehrgang zeigt Ihnen die Bestandteile und Funktionen eines Compliance Management Systems. Zudem werden die wichtigsten internationalen Compliance-Themen im Detail analysiert und vertieft behandelt. Der Lehrgang richtet sich an Verwaltungsräte und Führungskräfte, Rechtsanwältinnen, Unternehmensjuristen und selbstverständlich an all diejenigen Personen, welche mit Compliance-Aufgaben im Unternehmen betraut sind. Im ersten Modul wird der Fokus auf die Compliance im internationalen Ländervergleich und in internationalen Organisationen gelegt. Im zweiten Modul werden die verschiedenen Aspekte wichtiger und zentraler Compliance-Risiken betrachtet. Beide Module sind praxisorientiert ausgestaltet mit vielen Case Studies. Der Kurs umfasst 15 Kurstage, dauert vier Monate und findet immer mittwochs in Winterthur an der ZHAW statt. Sie haben Fragen zum CAS Compliance International? Gerne stehe ich Ihnen persönlich für Auskünfte zur Verfügung. Es würde mich freuen, Sie bald im CAS Compliance International begrüssen zu können. Vielen Dank für's Zuschauen.